ARD Text im Auftrag von Funk Was? Drohung Ich erinnere mich da Ah, ganz dunkel war da was, was du gesagt hast, ich werd dir nix tun Oh oh Ist der hier? Das ist aber nicht gut Warte, bevor du mich tötest, lass mich meine Sachen entlernen Ach, da ist es, da ist es Oh oh, er kommt wirklich Schneider Alles gut Wo bin ich denn hier? Hm Hm Ähm Der Ach, er kommt nicht Oh, er kommt wirklich Da ist er ja Ich dachte nicht, dass er wirklich kommt Fuck Ich dachte, er treibt irgendwelche Psychospiele Wenn und Psychospiele Das reicht Scheiße, das ist doch Ich höre im Essen Das bin ich Das bist nicht durch Ich glaube, er mahnt im Spiel Ich glaube, er mahnt im richtigen Leben Nein Das habe ich vorhin schon Oh, oh fuck, ich sollte gehen, ich sollte gehen Nein, geh, geh weg von mir Hallo Hast du ein Bett? Welches Bett Welches Bett? Bet man Nein 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 Tu es nicht Nein Böse 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 Ich schubs dich hier weg Ganz einfach Oh 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 Matthias Ich lasse es einfach mal hier Halbes Herz Das war's mit mir Fuck Ist eigentlich mein Bett noch da oben? Ähm Du hast es niemals erfahren Es ist hier Ich bin nicht da Ich bin nur eine Produktion deiner Fantasie Okay, ich bin hier Boah Alter Erik Nein Erik Ja Deine Statue Steht jetzt woanders Warum steht die eigentlich jetzt hier? Warte Warte Warte, warte, warte Lass sie mal stehen Voll geil, wie die das gemacht haben Oh Ey Die soll aber nicht da stehen Warte, warte Ich schieb sie dir richtig Hör auf Nein Matthias Warte, warte Warte, warte Ist der meiner? Ja, den hab ich kurz benutzt Ach so, oh lol Ähm Warte, komm mal mit Moment Ich muss kurz wieder anziehen Nichts hier rausnehmen, bitte Ich sag dir nichts rausnehmen Hoppla Gesundheit Kann ich mir ein bisschen Knochen nehmen? Kannst du haben Kannst du haben Hallo? Ähm Ja 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 Kannst du haben Okay Okay Oh Gott, die kommen hier runter So Ähm Ich will auf jeden Fall ins Never gehen Ich will auf jeden Fall ins Never gehen noch Oh warte, ich will dir kurz was zeigen Jetzt sind die Fackeln leider weg Was denn? Was müssen wir denn zeigen? Äh, nicht dass es Nacht ist, aber Bist du sicher, dass ich schon abgekommen bin? Ich hoffe nicht, weil sonst muss ich gleich nach alleine zurück gehen Wann führst du mich? Ja und hör auf zu sprinten, ich hab nicht so viel Essen Für solche Abenteuer Ich hab auch nicht so viel Essen, das ist eigentlich nur ein Sprinter Ja Ja Leute, ihr seht schon, das Ganze startet hier mit einem super Abenteuer Mhm Die kann man geschrecken Wahrscheinlich führte mich geradewegs zu Sven oder so Um mich dann abzuschlappen Sven, jetzt? Nein, ich lasse nicht Okay Der letzte sagte ich sterbe LOL Der ist gelangt Da hab ich auch wirklich umgedreht, muss ich sagen Ey Nicht, ach so Boah, voll die nackte Party hier, ey Mhm Machst dich jetzt hier bei mir breit, oder wie? Ne, ne, da kannst du ruhig immer wieder was nehmen von Ach so, hiervon oder was meinste? Ja Ich hab die halt gefangen, weil ich das selber brauchte Und dann kannst auch, ne Ach so Oh, oh Bam, Teamwork Ja, das ist klar Natürlich Ui Alter Tja, aber ich hätt halt nix dagegen Wenn du auch hier so dich breit machen würdest, dann wär ich wenigstens hier nicht so alleine in der Gegend Ja, ich muss erst mal das eine Haus fertig machen Ja, das ist easy, ey Du hast grad ne Hexe gespawnt, die muss ich jetzt killen Alle ihre Heimat verlassen So traurig Die hat's drauf angelegt, die Hexe Ich hab... Schließ mich dann Hexe Die hab ich vergiftet, die Schlampe Enderman, wo bist du? Wie lange bin ich eigentlich vergiftet? Einen Sekunden noch, das easy Enderman Einmal Einen Einer 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 Äh, boah, geil. ALTER! Wieso hab ich eigentlich nur 30 FPS? Das geht ja gar nicht. Aufnahmen? Ja klar schon, aber so war das eigentlich sonst nicht. Hä? 29, 29. Heben? Das ist doch... Ja, schau ab. Ne, ich hab konstant 30 grad bis da gerade gehabt. Ach, das ist ziemlich kacke, wenn's Nacht ist, ey. Das ist nicht... Das bietet sich nicht wirklich an, weiterzumachen gerade für mich. Wir haben nicht alle die Möglichkeit irgendwie schlafen zu gehen, oder? Oh fuck. Äh, ich grade überhaupt nicht. Ach, schade. Ich bin grad bei... Guck dir das mal an, was da alles hinterherkommt. Schnell rein hier. Ich hab ja gerade Endermen gehört. Ich hab fast kein Essen mehr wieder. Ist unglaublich, wie viel Essen, was frisst die alles? Doch, du hast ja noch Kartoffeln. Ja, aber die will ich halt anpflanzen alles. Und wenn ich die alles... Dann lass die doch schon mal an. Ja, aber geht ja grad nicht, ist es Nacht. Warte. Hier. Ich glaub du hast die länger als eine Nacht. Hä? Zombies und Skelette bekriegen sich, gegenseitig? Hm. Ja, wenn die sich zufällig anhinken. Ja. Ach, du hast ganz viel von dem Linkstein. Ja, das... Ich mach ja die Burg daraus, deswegen. Ne! Den hab ich nicht gesehen. Wenn du willst, kannst du mit mir die Burg bauen. Wenn du willst, kannst du mit mir die Burg bauen. Weil du den Teils auch noch hast. Können wir ja gemeinsam, äh, was machen. Hm. Wenn du, wenn du halt nicht weißt, was du tun willst, deswegen... Ich weiß nicht mehr, was ich mit der Wolle machen wollte. Das ist grad so ein bisschen doof. Vielleicht. Eine fliegende Insel, so wie ich das machen wollte am Anfang. Ich weiß nicht mehr, was ich mit der Wolle machen wollte. Erstmal mach ich. Ender Männer, fließe! Hm, was soll ich denn machen? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm... Ich glaub ich wollte... Den Foden machen. Hm... Ich muss irgendwo mal... Ne... Ich kann jetzt einfach... Ich kann eigentlich jetzt gar nichts machen, wirklich. Kannst du mir laufen? Ich könnte... Ne, ich könnte in den Untergrund jetzt gehen, von hier aus. Um zu farmen, aber... Gibt's bei dir Rohrzucker? Bei mir? Bei mir gibt's voll viel. Bei mir gibt's voll viel. Bei mir gibt's voll viel, ey. Wow. Bringst du mir was mit? Du musst es hier holen. Ich bau einfach Kohle ab hier. Hab ich was zu tun. Ja, auch kannst du haben. Ja, weißt du was, ich bau mich einfach von dir aus jetzt nach unten. Das ist recht vor meinem Haus angepflanzt. Kannst du einmal schön abbauen, dann hast du locker ne Steck oder wie? Dann ist wieder Kohle, wenn du brauchst, ne? Gönn dir. Wow, ich hab meine eigene Höhle gefunden. Enderman! Wo bist du? Mein Sohn. Nein. Ah, Leute, ich hab übrigens wieder die Koordinaten, ey. Nicht so wie beim letzten Mal. Voll geil. Boah, wir sind hier auf Höhe 60, ey. Das ist noch zu hoch. Ach, da hast du runtergewordelt. Ja. Zwischen den Kisten. Boah. Ich hab echt meine Höhle wieder gefunden. Oh fuck. Aber das ist gar nicht gut. Kannst du mal nach oben gehen und dann in meiner ganz rechten Kiste, also wenn du runterkommst, halt in diesen Kistenraum, ne? Ja. Die ganz rechte Kiste, da wo vorher eigentlich mein Ding entstand, mein Rüstungsständer, da sind Holzplanken drin, so. Und kannst du daraus mal Stöcke machen und dann mit der Kohle irgendwie fackeln, weil ich hab kaum welche wieder. Ja. Äh, ja. Ey. Ich hab die Höhle gefunden, aus der ich früher nie mehr rausgefunden hatte. Was? Das ist bloß ein Todesorgan, verstehe ich. Ne, ich hab ja einen anderen Eingang. Deswegen geh ich jetzt einfach wieder raus. Mann, warum brauchen wir denn Enderman? Oh, ich hatte ja noch was in den Öfen dort. Könntest du ja selber dein Glück versuchen. Hä? Auch Enderman? Ja. Never. Das war mir doch auch. Boah. Never. Echt? Hab ich doch gerade noch erzählt, da hast du gesagt voll geil. Hey, du hast gehört das End? Nein, nein. Ich hab Never vorgelesen. Na gut, dann hab ich mir versprochen, aber ich meinte Never. Ja. Guck mal. Hey. Was denn? Ah. Wenn ich noch welche. Danke. Sehr nett. Hast du nicht gesagt, dass das Portal zum End? Nein, nein. Ich mein... Dann hab ich mich anscheinend versprochen, ohne das gemerkt zu haben. Ich meinte eigentlich das Never. So. Ah, okay. Erde. Ah, ich denk mal, dann würd ich das mal versuchen. Vielleicht find ich den was. Mann, also dann gibt's ja diese geilen Magma-Blöcke. Die will ich... deswegen will ich auch ins Never eigentlich. Um sie zu kriegen. Ist nur die Frage, ob das... Ähm... Ich glaub, die wird es hier gar nicht geben. Warum denn? Weil unsere Helle ist ja schon geladen. Ja, meinst jetzt die Magma-Blöcke? Ja. Naja, ähm... Keine Ahnung, wer weiß. Ich glaub nicht, weil unsere Welt schon erstellt ist. Ja, aber sie hat's doch abgelatet. Ja, und? Macht ja nichts. Weiß ja nicht, dass die ganze Map nochmal überarbeitet wird. Und dass neue Blöcke eingesetzt wird. Oh, fuck. Mann, jetzt ist es echt bitter, wenn man keine Schaufel hat. Also ich mein, es werden keine Magma-Blöcke gespawnt. Vielleicht in Chunks, in denen wir noch nicht waren, aber... Keine Ahnung, können wir ja... Werden wir ja rausfinden dann, früher oder später. Wie sehen denn diese Magma-Blöcke aus? Alles klar, hier ist mal Hard Party. Nein, 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 nein. Magma-Blöcke, die sind, ähm, immer so, halt in der Nähe von Lava auf jeden Fall. Also so ein Lavasee ist nicht so fließend im Lava. Da sind die immer so... Okay, dann... Biss hier nicht. Fucking Pikman! Hab mich in Lava geboxt, alles klar. Jetzt ist hier Pikman Party. Hm, Tios, du bist nicht mehr da, ne? Hm, ich bin auch da, aber es wird gerade hell. Wird's gerade hell? Jo. Tja, jetzt bin ich auf Höhe 13, jetzt geh ich aber wieder nach oben, weil... Ich muss weiter... Die Ebene aus... Ähm... Ausgraden, sagt man das so? Ja. Planieren? Keine Ahnung. Also die... Die Fischer brennen gerade vor dir. Also Erik, kann sein, wenn du ein Nether machst, also ein Portal machst, weil du ja etlich weit entfernt bist... ...dass du halt Chunks kriegst, die neu geladen werden, beziehungsweise erstellt werden, dass du da, dann magma blöde. Sven... Ist ja natürlich nice, das ist... Bist du gerade zuhause? Jaaa, aber ich bin doch nicht da. Wo ist denn mein Holz hin? Oh, das ist aber... Wie klar? Lol, das hab ich genommen. Sorry. Geht mich? Nenn mir das Knopf. Sorry, sorry, ich wollte gerade abbauen damit. Aber ich hab... weil ich vergessen hab, dass ich das noch hatte. Ach, kein Problem, mein Freund. Die ist so verdammt. Boah, kein Krass. Aber wenn das noch einmal passiert! Nein! Och, Gertrud! So... Da muss ich die ganze Zeit in diese eine Richtung ran... Wird der eigentlich im Hintergrund meinen Fernseher bei mir? Ne, ne? Ja? Nur wenn du redest. Echt? Echt, ich hör's gar nichts. Ja, ganz kurz, so ganz weißem... Ich hab nichts gehört. Tränke ich auch nicht, wirklich. Matthias hat ein sehr ausgepringtes Gehör. Na ja. Oder er träumt wieder. Ich träume nie! Vielleicht hab ich ihn auch geprankt und mein, äh, Fernse läuft gar nicht. Haha, das wär ein übelster Prank gewesen jetzt. Soziales Experiment. Soziales Experiment. Gone wrong, Junge. Also... Wo ist das Eisen denn jetzt, sagt er? Oh, wo spawnt ihr denn die ganze Zeit? Ich hab doch alles ausgeleuchtet. So, dann gehen wir mal, äh, ne, Erde holen das mal. Doch, 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 gehen wir mal. Doch, doch, gehen wir mal. Doch, doch, gehen wir mal. Lol. Der Skelett hat eine 63-Grad-Drehung in den Kopf geworden. Hab ich noch Erde? Wow. Elf Stück. Da war das. Wie? Äh, komm her. Ja. 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 Ja.